. 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 Okay, gut. Man kann natürlich schon noch eins mischen. Abheben. Voilà. Jetzt! Ah, Zeit brauche ich noch mehr. Du musst noch mal kurz mischen. Sag mir noch mal deine Namen. Tanja. Braul, ich glaube das sollte. Mange. Darfst du aber noch einmal abheben? Das ist schon gut. Jetzt, Raul! Raul und Tanja, ich fahre nur mit dir an. Tanja, sagst du irgendwo, wenn ich die Karte durchgehe, an irgendeiner Stelle? Stopp. Stopp. Willst du da oder willst du eine mehr? Ist gut, da. Prägst du dir die Karte ein? Wirst du, sie können eintreten? Ist es ein bisschen schneller gegangen? Ist gut? Hast du im Kopf? Ja. Und Raul, bitte prägst Raul irgendeine Karte aus dem Spiel ein? Ja. Hast du das? Irgendeine aus dem Spiel? Okay. Jetzt, Raul, bei dir ist es relativ einfach. Ich kann mir vorstellen, wie du denkst, oder? Ich meine, ich hätte dich ein bisschen beobachten vor dir und... Ich würde sagen... Ich würde sagen, das kommt etwa hin. Tanja, bei dir ist es ein bisschen schwieriger, oder? Bei dir ist es der Zufall im Spiel gewesen. Bei dir ist es trotzdem... Schau mich noch mal schnell an. Ja. Schwierig, schwierig. Okay, ich bin jetzt nicht genau sicher. Wahrscheinlich ist es die. Schwierig. Also gut. Die Karte liegt. Darf ich euch bitte sagen, welche Karte hast du gedacht? Herz 6. Herz 6. Und du? Ein König. Also ich weiss nicht, wie das Charakter ist. Aber eine Ecke. Der mit einer Ecke? Sicher? Nicht die Schuflionasse gewesen. Das ist gut. Weil schlussendlich bin ich natürlich auch auf der Ecke König gelandet. Und... Problem mit dem Herz. Headording. Thank you! ... Patient. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020